Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind sie? Jeder hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen! Niedersträchtige, treulose Feiglinge! Feiglinge! Verreicht ein Verzahner! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobern! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volk! Alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blutwert sie bezahlen! Sie werden soffeln in ihrem eigenen Blut! Sie werden soffeln in ihrem eigenen Blut! Sie werden soffeln in ihrem Blut! Die neue Blut! Die neue Blut!